Wir testen heute verschiedene Colas-Wurten, und zwar mit Natti, weil sie behauptet, sie trinkt nur Coca-Cola. Warum? Weil alles andere scheisse ist. Das führt natürlich dazu, dass sie am Mittagessen meistens einen Anfall hat, wenn sie den beiden kein richtiges Gocci gibt. Und sackentäuscht ist und muff am Abend. Ich habe für dich vorbereitet acht verschiedene Colas. Es hat mehrere Produkte von Coca-Cola darunter. Drei. Aber natürlich noch eines wirklich originales Coca-Cola mit Zucker und so. Der Rest sind alles spezielle Coca-Cola-Derivate. Kannst du mal anfangen. Gerade rechts. Nein. Nein, es riecht nach so einem Innen-Kaugummi. Hubapuba. Gut, machen wir das nächste. Okay. Also wenn nicht, sogar Coca-Cola ist relativ nah dran. Hat aber ein bisschen einen fahlen Abgang, würde ich sagen. Sind die schon offen? Ich muss also wirklich holen. Nein, die sind im Fall nicht. Vor einer Viertelstunde habe ich die aufgetaucht. Da kannst du natürlich die Farbe anschauen. Ja, sie sieht nach Eistil. Oh nein. Nicht. Gar nichts. Meilenweit entfernt. Pepsi, würde ich sagen, fände ich auch noch easy gut. Ist auch easy gut. Ja. Ist auch nahe. Ist auch nahe? Wie ist das Zweite? Dann nehmen wir nochmal ein... Cola. Nein, hör auf! Du musst nicht mit dem, natürlich. Das ist sehr schwierig. Das ist schwierig. Ich habe es schon gewiss. Yes! Das könnte sogar das wahre Coca-Cola sein. Das könnte das wahre Coca-Cola sein. Soll ich es nach vorne stellen? Ja. Dann haben wir hier wieder ein bisschen nach Eistil ausgesetzt. Es schmeckt so Gummibärchen im Flüssig. Oh, ist das... Ist das so schlimm? Es ist Red Bull Cola. Es gibt ein Cola von Red Bull. Der ist katzgeräusig. Das ist wirklich ganz meiss. Weisst du, wenn du so ein Küchengerät aus dem Plastik auspackst, dann nachher den einfach mit Kohlensäure versetzt. Jetzt hätten wir noch ein letztes, das hätten wir hier noch, um zu probieren. Der sieht auch recht gut aus. Das ist nichts. Was ist denn sicher Coca-Cola? Das ist nichts, nein. Warte, bis du nochmal verdächtig hast geschaut. So ein bisschen... Das ist Chlorigen. Dann haben wir noch diese drei Produkte hier. Okay. Also das hier. In der Mitte. Ui! Nein! Jetzt schmeckt alles nach Abwasser. Das ist das richtige Cola, würde ich sagen. Meinst du, das ist das richtige? Dann haben wir das hier noch. Light oder Zero? Es ist ein Produkt, das ist nicht von Cola. Dann sicher der in der Mitte. Jetzt pisse was. Oh mein Gott, weh, es ist der in der Mitte. Also da rechts haben wir. Pepsi Max. Das hast du gesagt, ist Light oder Zero. Das, was du gesagt hast, ist Light oder Zero. Das ist normal. Nein, das ist das richtige. Das ist normal. Das ist Coca-Cola Zero. Oh mein Gott, habe ich das richtige ausgesoten. Was ist das in der Mitte? Nein, das ist Pisswasser. Pisswasser. Coca-Cola. Boah! Auf jeden Fall gibt es nur noch Zero für mich. Nein! Eine Welt geht zusammen. Ich bin wirklich beeindruckt, dass du es geschafft hast. Eigentlich. Du hast wenigstens ein Cola Produkt festlegen können. Das richtige Coca-Cola hast du nicht rausgefunden. Du hast gesagt, es schmeckt nach Abfluss. Nachdem Simon mir Cola auf ewig verdorben hat, also jede Art von Cola, werde ich ihm als nächstes die Freude an den Nutella nehmen. Stay short. Fett! Fett! Ich würde mich gerne bei allen entschuldigen, die darunter gelitten haben, dass ich im Ausgang keine Cola bekommen habe. Wenn man es dir nicht mehr sagen würde, ja gut, ja mal nein, du findest es raus bei dem Vivi-Colas. Ich verstehe es schon, aber dann such doch etwas zu trinken, das es überall hat. Ja, mach ja! Sie sagen, am Schluss lande ich bei Wasser, oder wie heisst er? Schokolade. Aber wenn ich eben frage, haben sie Cola? Ja, Elpenkräuter Cola. Und dann denke ich so, Leute, nein.